Ich bin nicht so aufgerückt. Wir gehen Risky. Risky Business. No risk, no fun. Kein Risky. Kein Spaß. Die meisten kennen das nicht, aber ich habe es schon mal gesagt. Ein bisschen Englisch lernen könnte ich auch. Wir werden rasieren. Oder auch nicht. Wir sehen dann Cube so richtig da hinten leuchtend. Direkt eine Pump. Eine blaue Pump. Eine Takt, die nehme ich mit. So, dass keiner meine Waffe, äh, keiner die End drauf geben kann. Oh, meine ist gar nice. Oh, fach. Ich habe mich gerade selber gerüttelt. Meine Waffe. Shish. Komm, trinken, 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 bevor der Typ das holt. Erstes Kill, Leute. Erster Kill in der Runde. Oh, das fühlt sich so gut an, einen Kill zu haben. Oh, das ist ja gut. Komm, trinken, trinken. Ich werde das blessed war. Ich werde das ein wenig machen hören. Oh, das ist ja gut. Ah, das ist ja gut... Oh, das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich werde das Schwive oder das Liste. Das ist ja gut. Das kann ich sogar noch einmal sagen. Also, ich würde mich mit einem�emischen Geist. Und ich bin jemanden für mich schon mal hierher. Und ich habe das, dass das zu ihr jetzt dauert. Heute, heute bin ich Trey Hartnodd. Den geh ich dort hinten pushen. Warte, hat er da was zum Slurpen? Nein, hat er ja nicht. Leider, leider, Hosenscheißer. Er hat gerade irgendwas einfach gelagert. Der war gerade aus der Luft geholt. Der Typ ist dort hinten. Einer? Reikers, Leute. Er hat da ziemlich gute Waffen. Reikers, meine beste Wunde ever. Heute gehen wir Frey Hartnodd, habe ich schon gesagt. Wir sind, glaube ich, nicht wirklich noch Gegner. Ich will keine Überpfe... verpassen. Von wo? Ha? Zeig dich. Oh, von dort oben. Verarsch mich. Komm, zeig deinen Kopf. Pieck. Pieck nur. Nee, du bist kein Notbauer. Mega. Leute, soll ich ihn pushen? Er hat halt Heil-Ground. Du kommst dort runter. Wie geht's, Leute? Ein Like. Bitte. Es wird nicht richtig spannend, wenn es mir ein Like gibt. Nur ich brauche einen Fasch. Oh, da liegt ein Bild. Ich bin so dumm. Halleluja. 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 Eigentlich könnte ich lernen, aber... Herr Wotter, fuck. Leute, ich kann mich grad. Oh, ho, 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 ho. Kann nicht gerade nicht bewegen. So, Leute. Geh mal, ich komme auf. okay jetzt haben wir rüber jetzt wirklich keinen bock zu sterben warum bin ich die so eigentlich nicht leiter hat sich illuminati die stehen dort einfach ich würde da drunter rutschen das hätte ich ja wirklich lieber ok also der anfang war ein bisschen rau jetzt eigentlich sollte ich mir ein paar pälse ja ich will gleich was war noch diese steine eigentlich sollte ich noch ein paar mehr zu holen ja ich bin da geht es an den anderen wir haben wir haben hier waren leute er steht hinterm baum hier 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 Call of Duty, Black Ops, 3, Zombie, Game Mode, Zombie, Rantos, ähm, ein kleiner, leiser Barstab, und schreit. Ja, das war's. Ich habe Angst, dass der Busch da drüben ein Gegner ist. Im Late Game habe ich immer mehr Angst, ich sollte nicht so viel Angst haben. Ich habe Angst, dass der Busch da drüben ist, dass der Busch da drüben ist, dass der Busch da drüben ist. Das hat mich so erschreckt. Ich schwöre, das hat mich so heftiger Schreck. Wasser. Ich schwöre, ähm, Leute, soll ich campen oder anwählen? Ich bleibe jetzt erstmal in meiner Position, Leute. Wann warte ich bis das Ende? Hey, Leute, bitte ein Like ist gleich für mich ein Glück, dass ich vielleicht ein epischer und Sieg im Solo schaffe. Das wäre richtig nice, falls ich das mal schaffe. Hm, vielleicht ist das... Oh, fuck. Leute, ich wurde entfernt vom Sherry. Den schaue ich jetzt mal... Nein, das war dieser Typ da. Bis für nachdem ich vorher gesniped habe. Leute, leider ist jetzt das Video aus, aber... Vier Kills, Leute, vier! Vier ganze Kills, das ist ultra viel. Ähm, falls euch das Video gefallen hat, bitte liked das Video. Ähm, teilt es mit euren Freunden. Abonniert es und tut die Glocke bitte aktivieren. Danke, das war richtig nett. Tschüss! Tschüss!